Hallo, hier ist Elisabeth von Kiotera. Etlich gibt es wieder Neuigkeiten aus der schönen, bunten Welt des IoT für euch. Heute sprechen wir über Schwingungssensoren. Wir benutzen Schwingungssensoren vor allem im Bereich Conditional Monitoring und Predictive Maintenance zur Anlagenüberwachung in der Industrie. Die Idee ist, Fehler zu erkennen, bevor sie zu einem Problem werden, damit ich sie im geplanten Wartungsfenster beheben kann. Schwingungssensoren sind hervorragend dafür geeignet, weil sie in verschiedene Richtungen bestimmte Frequenzen aufnehmen und anhand dieser Muster kann ich eben sehr, sehr früh bestimmte Fehler erkennen. Es gibt auf dem Markt unheimlich viele verschiedene Schwingungssensoren und die Technik an sich ist nichts Neues. Relativ neu ist, dass es Schwingungssensoren mit eingebauten Datenübertragungsmodulen gibt. Und die Daten muss ich natürlich übertragen und auswerten können, um sinnvoll die Fehler früh erkennen zu können. Unsere Kunden kommen manchmal zu uns und sagen, hey, guck mal, ich habe da was recht günstiges im Internet gefunden. Steht Vibrationssensor oder Schwingungssensor drauf? Kann ich das benutzen? Und die Antwort ist natürlich, kommt drauf an. Je nachdem, was ich machen will. Es gibt sehr günstige Angebote, zum Beispiel von Networks im Internet zu finden. Es sind auch qualitativ hochwertige Sensoren. Aber die sehr günstigen haben manchmal nur die Eigenschaft, dass sie erkennen, etwas schwingt oder etwas schwingt nicht. Und mit dieser Information, ob es schwingt oder nicht schwingt, kann ich nur Betriebszustände erkennen. Keine Fehlermuster erkennen. Das heißt, für diesen Zweck ist etwas an, ist etwas aus, bewegt sich etwas, bewegt sich etwas nicht, zum Beispiel fährt der Trecker oder ist der Trecker aus. Dafür kann ich solche Sensoren benutzen. Die komplexeren und teureren Sensoren, die es auf dem Markt gibt, die haben aber viel, viel mehr Funktionalitäten. Die gucken sich die Schwingung in drei Achsen an, X, Y und Z-Achse, die Schwinggeschwindigkeit, die Schwingbeschleunigung, die Frequenzen, auf denen die Schwingungen stattfinden und sind entsprechend auch sehr robust gebaut, dass sie für den industriellen Einsatz gedacht sind. Da gibt es zum Beispiel diesen hier. Das ist der Bob Assistant von NKI Vatiko. Der nimmt dieses Schwingungsmuster auf, analysiert sie auf dem Gerät vor. Das ist ein kleiner Algorithmus auf dem Gerät, der eine Voranalyse betreibt und schickt dann ein Anomalie-Level an eine IoT-Plattform, wo die Informationen visualisiert werden und vom Benutzer reagiert werden kann. So kann man auch Alarme verschicken und sagen, geh mal an die Maschine, da ist was nicht normal. Der schickt dabei relativ wenig Rohdaten. Das heißt, für jemanden, der sich nicht so gut mit Schwingungsanalyse auskennt und einfach nur wissen will, da ist irgendwas nicht ganz normal, ist der hier ganz gut geeignet. Eine weitere Sache, worauf man aber achten muss, ist die Umgebung, in der man arbeitet. Wenn ich in der Chemieindustrie bin zum Beispiel, habe ich häufig Bereiche, in denen ich eine Atex-Zone 1-Zertifizierung brauche. Diesen hier gibt es maximal bis Atex-Zone 2, nicht Zone 1. Dann gibt es noch ganz andere Geräte, wie zum Beispiel diesen hier. Das ist der Asystum Sentinel und der bringt zusätzlich zu der Vibrationsmessung in einem sehr, sehr hohen Detaillevel auch noch eine Ultraschallmessung mit. Und Ultraschall sind nochmal ganz andere Frequenzen und bestimmte Fehlerbilder kann ich mit Ultraschall viel, viel früher erkennen, als mit Vibration. Und dann ist der auch noch Atex-Zone 1 zertifiziert. Das heißt, ich kann den in jeden auch noch so explosionsgefährdeten Bereich einsetzen. Auf Basis dieser Sensoren, die uns wirklich ein hohes Detaillevel schicken über die Eigenschaften der Vibration und des Ultraschalls an den Anlagen, können wir exzellent Predictive Maintenance betreiben. Das heißt, wir können Fehler vorhersagen. Es gibt natürlich nicht nur die gerade eben vorgestellten Geräte. Es gibt zum Beispiel auch noch welche von der Firma TWTG, die Neon-Serie oder von der Firma Honeywell. Und es gibt noch viele weitere Anbieter am Markt, die eben für verschiedene Bedarfe die entsprechenden Sensoren zur Verfügung stellen. Das Schöne ist, das sind alles Endgeräte mit integrierter Datenübertragung, sodass ich die nur noch auf der Plattform auswerten muss. Das war der Schnelldurchlauf. Zu dem Thema kann ich sehr viel erzählen. Deswegen, wenn ihr Fragen dazu habt, kommt gerne direkt auf mich zu. Wenn es Themen rund um Sensoren und Daten gibt, die euch besonders interessieren, sagt uns Bescheid und wir machen ein spannendes Video darüber. Ich sage bis zum nächsten Mal.